So Hallo Leute Zeit wieder mal für eine Custom Story Jetzt habe ich da nicht gelesen was da stand da war gerade noch was bevor ich die Aufnahmetaste gedrückt habe Eine Art Comic So was greased back and his suit was quite snazzy. He was obviously there for business He told me that he knew me to research you and I had begun never finished during our time at the University He then went into great detail explaining how he stumbled upon it while attending college and found that we were on to something Our research for cure all medication was closer to completion than we could ever have expected He then went on to explain that we are only missing one chemical in our experiment. He called it Scientite, as he produced a small vial of purple liquid from his coat. He informed me that the small vial of liquid was retrieved from a research team in South Africa. The team has found the source of Scientite and said it can be extracted in great quantities, but they need more scientists to aid in their studies. So that is where you come in, my friend. Travel to Africa with me and we will be remembered as the ones who saved humanity from all illness, all disorders. Signed, Alfred Jones. Ja, das habe nicht ich vorgelesen. Das war anscheinend der Ersteller dieser Map. Und die Map heißt La Casa. Was auch immer das zu bedeuten hat. Und... So welche Bücher hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Na ja, ich muss erst mal mit der Steuerung wieder hier klarkommen, weil... Darkness Within ist etwas anders. Und... Das ist so ein bisschen problematisch. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Die Map hat gute Kritik. Soll wahrscheinlich einer der besten Customer Stories sein. Die es gibt. Ähm, ich bin gespannt. Was haben wir hier? The newspapers brown and worn could all at all possible. Today, two scientists, Albert Jones and Eugene Crowley, are researching a new pharma-pharmacotical that will treat all ailments from the common code to carcinogenic tissue. The two have been nominated the Nobel Peace Prize and show-ins if their research is conclusive. Sehr gebildte Menschen. Ähm, sind hier wohl unterwegs. Und... Ich würde sagen... Was ist das? Was ist das? Sowas habe ich, ähm... Den Amniger noch nie gesehen. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen da mal los. Falls hier nicht noch irgendwie was ist, kann da überall was sein. Und dann... Exit, auf nach Afrika. Und da sehen wir auch schon wieder den Comic hier. I expected the trees and bugs, but I didn't expect the planes and giant it to fail. I can only remember, was ist jetzt los. Ich bin im Wald. Und sehe nichts. Sind wir echt in einem Dschungel? Ist das nicht mal was Neues? Es ist was Neues. Und wir sind anscheinend mit dem... Flugzeug abgestürzt. Und sind jetzt hier irgendwo gelandet. Wo auch immer das jetzt ist. Gut, ähm... Hier haben wir alles, was wir brauchen. Für unser... Für unser kleines Abenteuer. Die Laterne. Zünderbuchsen. Bux, 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 bux. Laudanum. Ich würde sagen, wir machen uns da mal auf den Weg. Wenn hier nicht gleich noch irgendwer kommt, Sollten wir es eigentlich schaffen. What is jetzt los? Raubkatzen. Tiger. Löwen. Es geht weiter. I ran for what I felt like miles in complete darkness Before coming to a small clearing. Kleine Comics, die uns wahrscheinlich ganz weit begleiten werden. Ähm... Ja. Weiter. Durch dieses hohe Gras. Hier hängt was. Hier hängt was. Hier hängen auch Laternen. Ähm... Stein kann ich nicht mitnehmen. Ich weiß ja gar nicht wo lang. Wo muss ich denn hier... Verwirrend. Das ist wieder mal verwirrend für mich. Ah, Öl. Und weiter... Ich kann hier durch. Aber das ist nicht richtig, oder? Ach, hier. Da hinten ist ein Licht. Licht. Mondlicht. War ich hier nicht gerade? Ne. Jetzt geht auch noch meine Laterne hier raus. Ach, hier kam ich doch gerade erst her, oder nicht? Ach Gottchen. Verwirrte. Und ich bin noch klitschenass. Ich kam gerade aus der Schule und... 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 The tense feeling of being watched more than something I couldn't shake. But then my hope for rescue was nieved. Each time I saw lights. Aber... Es hat so gegossen gerade. Und ich auch noch ohne Jacke. So schlau muss ich hier sein. Und... Dachte mir... Ja. Machst du mal ne Custom Story. Während dieser drei Stunden lang Pause. Und dann muss ich tatsächlich nochmal los. So. Research Entry. 34. Dr. G. Friesman. It's been a week since we arrived at the site. Our contractor, Mr. Blue, seems to have forgotten to mention that this research outpost, and the source of this scientist, was being held in the confines of this forgotten temple. The other doctors have made reports of unusual noises coming from the depths. I assured him there was nothing but the wind. I too heard these sounds, though. This place gives me the creeps. I just want to finish gathering this chemical and leave as soon as possible. Okay, Friesman, oh mein Gott, mein Gott, das kam jetzt unerwartet, ist mit Friesman, soll das eine Anspielung auf morgen Freeman sein, jetzt könnte ich mir, oh anscheinend scheint hier wohl, der Mond, nein, irgendwo muss hier wahrscheinlich, ne Tür sein, oder wo ist er hier gerade reingegangen, ach doch, tatsächlich, ja und ich hier, wir sind natürlich so schlau, Temple Back Entrains, und gehen immer noch nach, I had no choice, I followed that monstrosity in, to those unknown depths, 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 Vögel, oh ist das jetzt ein Labyrinth, oh, 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 was ist jetzt hier los, Oh, jetzt wird es mir mulmig, so langsam, langsam wird es mir mulmig, egal, wir gehen mal los hier, was haben wir hier, kaputte, etwas Blut, ja, aber nur etwas, ganz spärlich, nicht viel, okay, Memento, wo war das nochmal, auf M, The doors blocked by weak planks of wood, maybe I can find something to pry them off, ja, ich kann ja auch laufen, das hab ich auch schon wieder vergessen, gut, dann laufen wir mal, Oh, mal Licht, wo sind wir denn hier, ich kann wieder nichts, ich sehe nicht viel, Und ne Brechstange, und ich suche Öl, 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 The team was right. Sounds were a warning, and we did not heed it. We had just set up after reaching a rich source of Scientite when Birmingham, our botanist, went missing. We called for her on the radio, but got nothing back. Soon enough, Louis, our geologist, went missing during the search for Birmingham, leaving us with only myself, Dr. Kleiner, and Dr. Wang. We came back to the main chamber of this place after much discussion. We decided to board the main hall, wait three days for the missing team members to make their way back to camp, and if they do not show, we will return to Mr. Blue to form a proper search party. Gut, ich schwing was. Gewöhn dich mal an die Dunkelheit. Oder der kann das noch gar nicht? Doch, der kann das. Na gut, wir haben jetzt die, ähm, Brechstange. Die Crowbar. Dann wollen wir auch mal die Crowbar einsetzen. Ich bin auch nicht sicher, ob da... So. Das war eine schwere Geburt. Alter, ich ohne Laterne, ja hier, ohne Öl, muss jetzt da runter. Prost Mahlzeit. Wo geht's denn hier überhaupt? Ich seh jetzt gar nichts mehr, aber ich muss mich so umdrehen, dass ich weiß, dass ich nach unten gehe. Und jetzt geh ich gerade aus. Ansonsten dreh ich mich zehnmal und dann weiß ich überhaupt nicht mehr wohlgang. So. Wo sind wir hier? Es geht nicht mehr weiter. Achso. These hells were visited before myself. It was com... Comforting. The conclusion of the past... Visitors... Visitors... Visitors, so was wahrscheinlich sein. Was unsettling... Uuuuh... 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 Ich frag mich, wer immer diese ganzen Stimmen aufnimmt. Für solche Spiele. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Es ist sicher ein Tempel, hier können auch irgendwelche Fallen sein. Was weiß ich. Immerhin Licht. Das ist doch mal was. Aber sehr viele Räume. Das mag ich wieder nicht. Was hier mit hier schön ist. Blut. Blut. What? Fleiß. Umgestößene Tische hier. Ach ja. Eine Zunderbüchse. Die ist schon gerochen. Okay. Hier wurden wahrscheinlich... Ähm... Nicht wirklich tolle Spielchen veranstaltet. Schwein. Wow. Oha. Ja, hätte ich das mal gewusst jetzt, ne? So etwas ein bisschen. Erschreckt mich auch schon. Laudanum. Ich kann Laudanum immer noch nicht vom Heiltrank... Ne, wie wir das Vernunftrank unterscheiden, aber... Das werde ich auch nie kapieren. Was ist denn das für ne Suppe? Ich hab das Gefühl, dass irgendwas hier gleich... Nicht wirklich stimmen wird. Geht's da weiter? Ich glaube nicht. Okay, Arme. Hier scheint noch wer zu sein. Ich nehm mal was von diesem Laudanum. Bringt mir nicht viel. Körper hat sich ja... Körperlicher Zustand. Ich brauch einen Vernunfttrank. Ist da Öl hinter? Was haben wir denn hier? Ach, ein Hocker. Alter, ich vertraue mich gar nicht um die... Wayne. 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 Bist du das? Freeman. Freeman. Freeman.